2, 4, 1, 3, 2, gut. Ich schalte mal den Panzer hier aus. Gut, ich stelle dich mal weg, dann steige ich aus. Dann nervt mich einfach. 2, 1, 3, 4, 3. Ah, endlich! Ich schalte mal den Panzer. Kannst herkommen. Ist alles in Ordnung? Alles zauber? Yes, komm her, komm her, los, komm, komm. Ja, ja, komm her, komm her. Ja, aha, genau. Nein. Nein. Shit. Ah, verdammt. Ja, plötzlich alles vor der Zombies, genau. Oh, fuck. Das war ein verdammter Artillerieschlag. Wow, ey. Ich musste mal kurz weg, sorry. Aber nö. Ah, so. Gut. 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 Nein, du. Ach, du kleiner. Verdammter Kerl. Komm her. Ah. Nein, nicht wahr. Das ist ein Web-Tart. Tzö. Na ja, wenn der zu mir kommt, wieso nicht. Drive, weißt du, was ertertänt ist. Der General ist wunderschön. Eine Minute, Corporal. Doktor. McMullen, was das überhaupt ist, das Ding? Captain, wir wissen nicht genug, wie gesagt. Whatever Mercer ist, er ist mehr als Green, als nicht. Aber warum sind sie hier? Was für die Grund haben sie? All ich weiß, ist, dass wenn das Virus erhältst, Kontrollen, wir werden nicht sein, wenn wir sehen, die Weltkampen kommen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ist halt eigentlich hier weg, ich Idiot. Oh, verschafft. Ja, das sind ein paar infizierte Opfer. So. Und ich sehe da gerade noch zwei, die sterben wollen. Ihr wollt mich nicht sauer machen. Hab's doch gesagt. Ihr wollt mich nicht sauer machen. Der hat mir gerade mein Futter gestohlen. Und jetzt hat er das Gefühl, als würde er das überstehen. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich mal. Ich hoffe, ihr werdet Freude haben an Videos. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir wieder ein Wasseraturm zur Welt. Nein, wenn es wieder heißt, let's play Prototype. Also, ciao, ciao und bis dann.